So, die eine Schraube noch, dann bin ich soweit. Also, wie egal. Das ist die Kartoffelkanone. Ja, das ist die Munition. Das ist die Munition. Wunderbar, dann kann das so losgehen. Das ist doch jetzt genau so, wie das da in diesem Internet stand. Aber es ist verboten. Ich habe mich nochmal erkundigt. Also vom Waffengesetz her nicht zulässig. Darum nicht nachmachen. Ja, das heißt, wir holen an einem von ein großes Rohr und dann ein kleines Rohr. Genau. Und da vorne findet eine verpuffende Verbrennung statt, die dann zu einem Druck führt, der das vorne wieder rausschießt. Genau, das ist der Ladestock. Früher mal ein Wischbomb. Haben wir alles? Brennbares Gas. Nimm mal mit. Sauerstoff, Munition. Ah. Darf ich schießen? Ja. Pass auf, ich mache, damit es einfacher wird. So, nachdem ich gesagt habe, ich schieße, nimmst du Rücksicht und machst das hier. Entsprechend größer, das ist ja lieb. Erst einmal wird geladen. Wir beginnen mal mit einer Zucchini. Ja. Du musst luftdicht abschießen. Ja, genau. Ja, so ist gut. So ist gut. So, Ladestock. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man das hinten abschießt, also wenn man das nicht unbedingt so schießt, sondern so. Ach, wegen dem Rückstoß. Okay. Ja. Bereit? Absolut. Nicht nachmachen. Sauerstoffverpuffung. Achtung! Feuer! Oh. Das schöne Schiff. Jetzt ist es versenkt. Andererseits gutes Destructainment. Ja. Nochmal? Das muss man sagen. Okay. Ja, warte mal. So, jetzt eine Aubergine. Oh. Gar nicht so geeignet, würde ich mal sagen. Doch. Ist drin? Gut. Okay, fertig. So. Achtung. Ich habe schon wieder Puls 180. Drei, zwei, eins. Nee. Äh. Oh. Ich wollte schon fast so fangen, aber irgendwas stimmt doch nicht, oder? Na gut, dass das noch viel hauen hat. Aber immer noch nicht wirklich nah am Ziel. Du musst auch aufhören. Ja, aber ich muss aber zielen. Ja, aber das ist auch schwer, sich zu... Das sind drei Meter. So, auf geht's. Das Komische mit dem Gehörschutz ist, dass ich mir selber gar nicht zuhören kann. Das moderierst du? Ich höre nichts. Achso, dann musst du hier reinstopfen. Genau, so. Ja. Dann halte ich das bisschen das Loch. Hier. Ha. Warte. Du bist soweit? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Ja, gut. Volltreffer. Na siehste. Wunderbar. Hier. Ja, hätte man noch... Noch ein bisschen genauer. Auf hoher See, da kann man was erleben. Ja. Geht. Nicht nachmachen. Oh. Ja. 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 Jeder. Was ist das? Ja. Wir sehen uns doch. Vielen Dank.